Elon Musk hat in der Sportwelt mit seinem Tweet zum Kauf des englischen Fußballclubs Manchester United zunächst für Aufregung gesorgt. Der 51-Jährige hatte auf Twitter geschrieben, außerdem kaufe ich Manchester United, gern geschehen. Doch kurz danach ruderte Musk wieder zurück, dies sei ein langjähriger Scherz auf Twitter, er kaufe keine Sportteams, so der Tesla-Chef.